Die müsste jetzt über, also ungelogen, über 200 Mal schon gewaschen worden sein. Aber sie strahlt immer noch und man sieht, dass es wirklich sehr sauber ist und auch diese Neuwertigkeit sieht man halt, dass es noch wirklich so strahlt. Herzlich willkommen! Wir sind eine kleine Wäscherei hier aus Hannover. Wir sind gebürtige aus Afghanistan, sechs Jahren nach Deutschland gekommen, haben hier nochmal die Schule absolviert, haben auch dann studiert, führen seit 2019 die Wäscherei. Wir waschen regelmäßig seit knapp jetzt über zwei Jahren die Bettwäsche von Asioma. Der Vorteil bei dieser Bettwäsche ist, man kann sie sehr oft waschen und sie strahlt immer noch in der Farbe, in der sie hergekommen ist. Und bei der Bettwäsche machen er das schon seit zwei Jahren und wir haben sie wirklich in extremer Benutzung. Wenn man jetzt so andere Bettwäsche sieht, dann merkt man, dass er ein bisschen verblasst ist durch die ganze Wäsche und durch die ganzen Farben und bei dem ist das halt nicht so. Wie man auch hier sieht, es fusselt nicht. Einige andere Bettwäsche, die wir haben, die wir sind dann ungefähr nach 20 oder 30 Mal oder 100 Mal auch Wäsche, wenn wir die waschen, findet sich auf der Fläche so, fusselt es langsam so leicht ab. Aber man merkt auch dann die Materialschwäche.